Du bist Fan von Technical Death Metal, dann hör dir auf jeden Fall die neue Single von Elegion an. Die neue Single Inhumation wurde vor ein paar Tagen released und was ich davon halte, seht ihr jetzt im Video und damit ganz, ganz viel Spaß und bis dann. Und dann, Aligaeon, so sag ich das immer, haben eine neue Single rausgebracht und zwar Inhumation, ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt. Kenne ich auch schon ein paar Jährchen, die Band, zwar leider noch nie live gesehen, aber neues Single, alter Sänger, geil, wirklich sehr, sehr geil und ich würde sagen, Abfahrt. Oh, wie schön der Drum Sound. Ja, Mann. Boah. Boah, ist der, boah, der Sound, ne, der ist mega, mega krass. Richtig schön, ähm, auch so bei den Blast Beats, ne, so richtig schön auch, ähm, das Ridebecken und mit dem Riff einfach so ein starker Part. Boah, das will ich nochmal hören. Boah, klingt das schön, ey. Was ich hier auch direkt zu den Vocals sagen kann, ist, dass, ähm, ähm, das hatten wir auch bei der letzten Reaction, ich weiß nicht mehr, welche das genau war, aber auf jeden Fall, so, die Vocals sind richtig schön, schön so ein bisschen so in Richtung so brutale Schiene, aber halt trotzdem extremst verständlich. Und das finde ich halt auch teilweise, so eine Kunst, ähm, einfach extremst krass zu klingen, aber halt trotzdem immer noch sehr verständlich. Das, das feiere ich übelst. Oh, das ist ein Blast Beats. Oh, das ist ein Blast. Oh, das ist ein Blast. Oh, was ich da halt auch wieder so extremst anmerken muss, vor allem bei den Drums. Ich bin ja Fan, wenn ja wirklich zwischen, also sag ich mal, der Drummer spielt halt so seinen Rhythmus und währenddessen spielt er so mit den verschiedenen Becken und macht da irgendwie so verschiedene Fills, nochmal so zwischen den Fills gefühlt. Ich liebe das. Ich liebe das und es ist halt einfach so, es ist wirklich so ein kleines Gimmick, es ist nur so eine Kleinigkeit, aber das macht es dann einfach nochmal so extremst, ja, fülliger, einfach stark. Ich fühle das übelst. Auch so eben, da war der Part so in Richtung so, keine Ahnung, ob das halt die Hook war oder nicht, aber so dieses schöne, dieses krächtige Cleansingen bin ich auch großer Fan von, das hat ja auch zum Beispiel Shadow of Intents so oder auch teilweise jetzt auf dem neuen Mental Cruelty gibt es das auch und ich feiere solche Vocals. Ich feiere solche Vocals, dass es an sich clean sind, aber halt trotzdem irgendwie noch so ein bisschen mit so einem, mit so einem Shouten, Shouten, Screamen ist. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Auch hier wieder, ne, so wie wir das ja eben hatten, so diese schönen, so ich spule mal wieder zurück, diese richtig schönen Black Metal Akkorde, so dieses düstere, das hat so eine wirklich so eine düstere Atmosphäre schafft und dann einfach so zusammen mit diesem Part gemixt, ne. Wow, es ist so gut. Es ist wirklich extrem stark. Schön, einfach nur schön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auch so sehr, sehr schön. Auch wieder so schön düster, muss ich sagen, wirklich schöne, düstere Atmosphäre und ab und zu einfach so ganz so random, ganz schnell so, wie ihr mir das ja beigebracht habt, diese Gojira Scraps, ne. Finde ich übelst geil. Also wirklich diese Atmosphäre, die dieser Song jetzt einfach gerade schafft, vor allem jetzt halt so im zweiten Part oder sag ich mal in der zweiten Hälfte des Songs, die fühle ich, die fühle ich übelst. Wee. 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 Ich wollte dann nämlich eben Pause gemacht haben, aber das Solo ging weiter. Was war das bitte für ein starkes Solo? Was war das bitte für ein starkes Solo und dann einfach wirklich, dass der Bass da so mitspielt und auch wirklich nicht so in, so richtig extrem so in den Hintergrund drückt und einfach nur so, ja, der Bass soll einfach nur so ein bisschen so diese Gitarre oder den Song bestärken, sondern er macht einfach auch so seine Melodie mit und ey, boah, ich liebe so einen Sound, ich liebe so einen Sound, wenn Bässe so klingen boah, stark boah, ist das schön das ist mega, mega gut Pigscrapeslides, okay ja, das muss ich mir noch das muss ich mir noch irgendwie merken oder beibringen dass ich das so nenne, aber ey, es ist, boah, Wahnsinn Wahnsinn, was für eine extremst starke Single so ein schöner Nackenbrecher boah, ist das boah, Wahnsinn da jetzt gerade, was ich meinte diese Clean Vocals die aber halt trotzdem noch mal so ein bisschen so dieses, ja, dieses Schouting dieses Screaming drin hat ähm, oh, das ist das ist gut Das ist gut das ist gut das ist gut Spielt bitte weiter Spielt bitte weiter Boah, also wirklich, das ist eine extrem starke Single gewesen Muss auch sagen, bislang die beste Single, die wir heute ausgecheckt haben Weil da hat alles einfach wirklich, es hat einfach alles gepasst, ne? Extrem starker Sound, extrem geiler Drum Sound vor allem Dieses Solo mit dem Bass dann noch, extrem, also mich hat das ja extrem abgeholt Schöne Vocals, schön verständlich aber trotzdem brutal, dann noch schön diese bisschen bisschen Clean Vocals dann dieser schöne, atmosphärische düstere, sag ich mal in Anführungsstrichen Black Metal Part einfach nur stark einfach nur wirklich stark und wenn das ganze Album so klingt wie dieses Single dann wird es auf jeden Fall wieder so ein Top 5, Top 10 Album des Jahres weil die, die fand ich jetzt wirklich mega, mega stark Top 5, Top 10 Album des Jahres 2 4 5 8 8 9 10 11 12 Vielen Dank.